Hey! Ja! Ihr Sternschnuppen! Willkommen zurück zu Burnout Legends! Zur Fortsetzung der Bonus-Folgen! Wo wir letztem Mal wieder ein Mode-Tate gefahren sind und dort an Dockside wieder ein bisschen für Chaos und Zerstörung gesorgt haben, war ein Recht, der lief ganz gut mit 22 Tag, da muss man sagen, hätte es schlimmer ausgehen können, sag ich mal! Und wir machen weiter mit der nächsten Veranstaltung! Und zwar wieder mal ein Einzel-Event, wo wir keinen Crash machen, sondern ein Rennen! Ja, heute wird gerast! Und zwar rasten wir... Wo rasten wir überhaupt? In den USA rasten wir! Und zwar fahren wir... wo fahren wir denn lang? Wir fahren beim Airport Terminal 2 herum und zwar rückwärts und gestiegelt! Und das ist die Stecker, rückwärts gespiegelt, Airport E3 und rückwärts S, das ist richtig! Und ja, wir fahren heute wieder ein Collector Fahrzeug! Und zwar den Muzzle Collector! Genau, Muzzle Collector 1! Mit dem fahren wir! Ja, haben wir auch schon mal gequestet! Irgendwann mal! Das war im normalen Profil, konnte man nicht noch mal voran! Also mit question! Da sind die aktiviert, aber leider sonst halt nicht! Und ich würde sagen, ja, los geht's! Na, gucken, wo wir uns flagen werden, in einem recht kurzen Drecke! Also, kann recht kurz werden, aber wir werden das schon hinkriegen, denke ich! Na, los geht's! So, kämpfe sich mit dem Verkehr und wenn erster! So jetzt aus! Okay! Guck mal, wir sind ein Tech dauerung, wir brauchen ein Boost! Wir brauchen Boost! Ah! Wir sind ein Flugzeug noch kriegen! Das ist doch keine Ahnung! Jawoll! Ich denke, das ist auch recht einfach, welches wie ich sich! Na, also! Ah! Aufpassen! So! Mit der Runde! 3 Sekunden vorne! Na! Ja, nehme ich gerne mit! Ah! Ah! Hier kommt auch kein hinterher! Da bin ich nicht mehr drin! Na, da bin ich jetzt ein bisschen irgendwo gefahren! Uh! Das war knapp! Das war wirklich knapp! Ah! Perfekt runter! Da geht noch mal Boost! Ja, ist der Boost! Bisschen mit einem Platz! Er baut sich sehr gut auf! Mal sagen! Aber wir sind trotzdem ganz weit vorne! Aber wir waren dann lang! Und haben direkt mal vergeigt! Aber es war direkt mal vergeigt, die abkürzung zu benutzen! Ja, man sollte einfach safety first! Hat jetzt keine Ausbildung gehabt! Ich wollte mal was anderes probieren! Aber es hat nicht funktioniert! Wir waren trotzdem erster! Das war jetzt wirklich miserabel! Muss man sagen! Aber naja! Gut! Wir haben es! Wir haben trotzdem gewonnen! Aber das war jetzt kein... Das war nicht natürlich toll! Muss man sagen! Weil man hätte einfach ausgefahren sein, wenn wir durchgekommen! Heine! Ich wollte die abkürzend benutzen! Die kürzeste Strecke! Und bin direkt mal in der Tankstelle gerast! Ja! Was noch mal dazu sagen! Also! Mir fehlen auch die Worte! Naja! So ist das leider! Und ja! Das war es mal schon wieder mit der Folge hier! Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß damit! Denkt die mal an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke! Damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht! Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt! Und auf Twitter und auf Facebook! Und macht euch das so bleiben! Ihr könnt aber auch Beitritt im Discord-Server zum Quatschen kennenlernen! Spaß haben! Mitspielen! Mitmachen! Mitgestalten! Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt! Und noch viel, viel mehr! Alles verlinkt in der Videobeschreibung! Und ich sag danke fürs Zusehen! Und bis zum nächsten Mal!